Herzlich Willkommen nicht zur SAT-1-Wiederholung. Yeah! Hier geht's bestimmt lang, wa? Hahaha, wusste ich's doch. So, was haben wir denn da? Ist eigentlich recht offensichtlich der Weg, wa? Yay! Uran? Ah! Geheimes Detektorteil. Geil. Das ist der Hammer. So. Die NSA hat wieder begonnen, mich zu beobachten, weiter geht's. Klick. Oh, ich muss aufstoßen. Was soll das denn? Nein! Ah! Da hat er nicht getroffen. Tür auf. Und die hier? Nein. Hoch bitte. Ach so. Vorsicht. Morgen. Kein Hindernis. Ups, die Tür ist defekt. Jetzt ist sie defekt. Geht die noch kaputt? Geht hier irgendwo? Nee, gar nix. Komm. Ich hab mich jetzt so angestrengt. Das könnt ihr auch hier frei... Nein. Das wär eigentlich ein richtig gemeines Versteig. Weil damit... Da drauf... Äh... Kommt eigentlich niemand. So, weiter geht's. Blop, 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 blop. Weiter geht's. Voller Tatdrang. Ah! Moin! Scheint, Gandaha leitet die Aktivitäten von diesem Turm aus. Tötet ihn. Hm. Dann plaudern wir doch mal mit ihm. Ich glaube, Charlotte, die... Äh... Kommt wieder zu ihm zurück. Glaube ich. Ganz ehrlich. Kaputt! Nochmal kaputt. Typische China-Warriere. Nein. Eins und zwei und drei und vier. Schau mal, wer da ist. Nicht so schnell. Okay, ich hab' ihn. Was jetzt? Ich war nicht sicher, ob das klappt. Woran ich 20 Jahre lang gebaut habe, hat ihre Kreatur in 20 Minuten zerstört. Geben Sie die Zerstörung so sehr, Doktor. Wenn Zerstörung Frieden bringt? Ja. Ja, dann schon. Auch wenn ich untergehe, gibt das keinen Frieden. Die Kobolde werden die Menschen bekämpfen. Ist klar. Der richtige Tag kann die Revolution nicht verhindern. Doch. Aber sie wird sich verzögern. Irgendein Ausgleich muss erfolgen. Ja, aber dein Weg ist nicht der richtige. Böse, böse. Ach schön. Der ist einfach nicht aufzuhalten, der Typ. Also, Neck. Der ist nicht aufzuhalten. Der barren Wurst. Er hört einfach nie auf mich. Der Doktor hört auf fast niemanden. Das meint er nicht persönlich. Hat er mal von deinen Eltern gesprochen? Nein. Weißt du, warum der Dokt dich aufgenommen hat und nicht ich? Ist doch logisch. Du bist ja nie da. Das stimmt. Ich wäre wirklich ein schlechter Vater. Die ganze Zeit nur unterwegs. Lukas, du glaubst, du streitest mit dem Dok. Meine kleine Schwester, also deine Mutter. Das war ein Spektakel. Die Hälfte der Zeit hat sie bei der Arbeit nur wegen irgendwelcher Sachen mit ihm geschimpft. Äh, was ich damit sagen will, du kommst sehr nach ihr. Du bist schlau. Aber das ist nicht alles. Wenn du dem Dok widersprichst, ihn zwingst, über sein Handeln nachzudenken, dann bin ich wirklich stolz auf dich. Nur, verurteile ihn nicht. Er ist einfach so, wie er ist. Stolz auf mich, was? Wirklich. Komm, laden wir aus und hauen uns aufs Ohr. Das wird ein wichtiger Tag morgen. Warten die vom Apple Store, oder wie? Morgen. Er schafft. Neck konnte Gandahars gesamtes Waffenlager zerstören. Jetzt haben wir freie Bahn für die Schlüsselsuche. Und wir haben Charlotte entdeckt. Sie lebt. Was? Sie lebt noch. Und sie will mich nicht mehr. Wie meinst du, dass sie lebt? Was ist da passiert? Ah, das erzähle ich lieber ein andermal. So. Wo ist die Höhlenmalerei? Also, unser Weg führt durch diese Ruinen und hoch aufs Cliff. Ziemlich unwegsam. Lukas und ich haben heute Morgen ein paar Vorkehrungen getroffen. Gut. Dann los. Krödeln wir nicht rum? Man merkt richtig, wie er das unterdrückt. Ach schön, alle versammelt. Kapitel 10. Drei Kapitel muss ich heute noch packen. Hey, da ist jemand gelaufen. Gut möglich. Ich sehe doch im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche Schatten, wo rumwandeln. Das sieht man. Meine. Hallo? Da ist doch... Da, ich hab's gewusst. Uah. Mr. Ninja. Kaputt? Nee. Finde ich so geil, wenn der Nix so klein ist und läuft. Tap, 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 tap. Ach ja, da war was. Scorpions. Komm. Konzentration. Hopp. Tschusch. Wie der mich weggesprengt hat. Ich mach das nur so lange, bis ich die Sonnensteine voll hab. Hä? Komm hier. Ich hab grad wieder so Bock, den Monitor durch die Luft zu werfen. Ja, den Monitor, den Monitor. Nein, nicht den Controller. Nein, den Monitor. Spartan, Alter. Wer tippelt denn da? Ach, da oben. Der tippelt da. Also, da unten. Der tippelt hier so rum. Ich denk grad, was tippelt hier denn doppelt und dreifach. Immer langsam hier. So. Uah. Geht doch jetzt da drauf. Oh, Relikte. Haha. Na, was hast du zu Mittag gegessen, ne? Peperoni, ja? Oh, oh. Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Jetzt hab ich's gemacht. Los, komm hoch, Neck. Wie bist du da hochgekommen, Alter? Der hat doch gecheatet. Vorsicht mit dem Wind. Was für ein Wind. Uah. Da war was. Uah. Die Kenten gibt's ja auch noch. Schade. Uah. Ich Gottes Willner. Explodieren die nur, wenn die im Bild sind? Halt's, Maul. Uah. Hahaha. Scheiße. Ah. Schreckssituation. Oh. Ich bin ja so blöd. Wer läuft denn mit dem Mummerang? Ist ja dämlich. Schon wieder. Uah. Nein. Scheiße. Mann. Leckt mich. Das ist wieder so eine obligatorische Stelle, wo ich sage, kannst mich mal. Hä? Was? Beide in den Abgrund gestürzt. Jetzt kommen wir mal. Concentration. Woh. Ah. Professional Gameplays. Nur auf meinem Chen. Zack. Sävi Silvester. So, morgen die Damen, so, ach, le special, ne Lupe, Combozähler-Teil. Ja, den haben wir auch bald, super. So, nein. Da ist der Peperoni-Käfer wieder. Da kommt noch ab. Oh, Relikte, oh. 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 Also, das hier sind keine Aufzüge. Die Dinger gehen erst hoch, wenn man absteigt. Ihr müsst also selber mitarbeiten. Denkt euch einfach, es wäre eine wirklich lange Treppe. Huah! Aha! Ach ja, da war was. Scheiß Käfer. Ich mag keine Käfer. Kobold! Ach ja. Heizt's Maul jetzt. Oh, da ist die Wand kaputt. Ich trau mir nicht so lange auf den Dingern zu stehen. Ja, bin so hochgeklettert. Bist du so schnell, mein Freund? Ach ja, die dürfen ja nicht mehr... Was ein Typ, ey. Was ein Typ. Oh, fuck. Sehr gemein. Nein! Ich wollte so rüberspringen. Auf, komm. Jetzt hocken wir wieder 10 Minuten an einer Stelle. Ah, komm! Da! Fast. Oh, schon 16 Minuten. Oh, was ein Ausblick! Sehen wir uns dann mal in der nächsten Folge, ne?